Familie und Beruf.online, Plattform zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch für Dirk und Andrea sind ihre zwei Kinder eine große Herausforderung, vor allem dadurch, dass beide Elternteil berufstätig sind. Leider haben die beiden keine Verwandten oder Freunde, die sich gelegentlich oder in dringenden Fällen um die Kinder kümmern können. Dadurch müssen sie ihre privaten und beruflichen Termine immer absprechen, Arbeitszeit reduzieren und damit finanzielle Engpässe riskieren. Dank einer Postkarte bei ihrem Kinderarzt sind die beiden auf die Plattform Familie und Beruf.online aufmerksam geworden. Dort haben sie nicht nur Informationen über mögliche finanzielle Hilfen erhalten, auch Ganztageskindergärten und Kinderbetreuung haben sie gefunden. Mit Hilfe der vielen Infos gelingt es den beiden nun viel besser, ihren Alltag mit Beruf, Kindern und Privatleben geregelt zu bekommen. Über die Plattform sind sogar interessante Kontakte zu Freizeitaktivitäten speziell für junge Eltern entstanden. Vorzereitaktivitäten Untertitelung des ZDF für funk, 2017 – die Plattform für die Plattform für die Plattform bewerben geklautigt wird,